das sieht aus wie eine schaukel hier könnte man drehen das hier bewegt sich das kann auch ein glas sein und man kann ein apfel da drauf drücken und dann kommt ein apfel daraus da ist da von stiftautomat eine trompete ein bohrer da hört man nix das ist so was zum fahren wo menschen drauf kann und so so auf eis zu fahren hier